Mr. Harker, ich heiße Sie in meinem Haus willkommen. Graf Dracula. Ich hoffe, Sie werden sich ja wohlfühlen, Mr. Harker. Ich bedauere, dass ich Sie nicht persönlich empfangen konnte. Aber ich hoffe, Sie haben es sich bequem gemacht. Sehr freundlich, Sir. Sie waren sehr aufmerksam. Nach dieser langen Reise werden Sie Ruhe nötig haben. Ja, es war eine lange Reise. Sie werden erschöpft sein. Folgen Sie mir, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Danke, Sir. Nein, bitte. Gestatten Sie. Bedauerlicherweise ist meine Wirtschaftlerin im Augenblick nicht da. Sie hat einen Trauerfall in Ihrer Familie. Tut mir leid. Trotzdem ist alles zu Ihrer Bequemlichkeit vorbereitet. Wann darf ich mit meiner Arbeit beginnen? Sobald wie möglich. Die ganze Bibliothek muss neu katalogisiert werden. Brauchen Sie noch irgendetwas, Mr. Harker? Nein, vielen Dank, Sir. Sie sind sehr liebenswürdig. Ganz im Gegenteil, ich habe Ihnen zu danken. Ich bin sehr glücklich, einen so hervorragenden Gelehrten für diese für mich so wichtige Arbeit gefunden zu haben. Ich schätze Ruhe und Zurückgezogenheit. Ich glaube, dieses Haus wird mir was bieten. Also sind wir beide zufrieden. Ein erfreuliches Arrangement. Eines muss ich Ihnen noch sagen, Mr. Harker. Ich habe etwas zu erledigen und werde erst morgen nach Sonnenuntergang wieder zurück sein. Bitte betrachten Sie in der Zwischenzeit dieses Haushalts das Ihre. Guten Nacht, Mr. Harker. Guten Nacht, Sir.